schön dass wieder dabei seid ja wie ihr seht wir befinden uns wieder hier im sega profi tennis world tour den mensch und ich bin jetzt auf 134 und steige jetzt hoffentlich auch weiter auf jetzt momentan fliege ich nach dubai und spiele gegen resa nori und auch ritter nur ich weiß nicht wie man das ausspricht ich weiß das nicht aber ja hauptsache ihr wisst bescheid resa nori aus iran okay dann gucken wir mal dass wir auch den abledern 15 ja bis jetzt läuft gut war auch erst anfang super dave schön aber das trotzdem punkt bekommen super jetzt haut drauf ja schön aufschlag spieler 2 wo läufst du hin kleiner spinner jetzt passt doch mal auf was du hier machst mensch was machst du denn da immer echt haut drauf jawohl ja super endlich shuffle dance hopp oh ja ha 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 schön shuffle ha ha Baby, you're shuffling! Hahaha! Oh Dave! Du machst es spannend, echt! Hahaha! Schön! Der sieht man, der Dave, der muss aufs Klo! Hahaha! Deswegen zuckt er so! Jetzt geht es weiter gegen Tobi Tobi Ahlen! Wissen wir? Tobi Ahlen? Hallo! Hallo! Da ist er ja! Ja auch so ein Halbbruder oder Pseudo-Halbbruder von mir! Hahaha! War hinterlistig, aber gut! 30 live! Hahaha! Schön! Ja! Hahaha! Hahaha! Den hast du nicht mal bekommen, Dave! Das war nix! Aber du hast jetzt die Chance, ihn richtig schön abzuledern! Komm! Ah! Das war nix! Hey! Der Witz-Karbert mach ich nur mit dir echt! Ist nicht einfach mit dir! Einschläfern kann ich mir nicht lassen! Das ist ja das! Darf man nicht! Hahaha! Hahaha! Spieler 1! Super! Aufschlagspieler 2! Ich kann das nicht machen, ne? mit einem einschläfern! Das geht nicht! Welcher Tierarzt nimmt den? Das wird jeder sagen! Der Rühner ist ja noch fit! Hahaha! Der ist ja noch zu gesund! Und deswegen kann ich ihn ja noch nicht einschläfern lassen! Den Dave! Hahaha! Hahaha! Love 30! Super! Hast du schön getänzelt! Aber auch noch sonst rum getänzelt! 1540! Naja, den hast du jetzt geschenkt bekommen! Super! Spiel, Satz und Sieg! Hahaha! Fein! So! Einen haben wir noch, glaube ich, den wir wegputzen müssen! Und zwar der Peter McLaren! Wo ist er denn? Peter, wo bist du? Ach, da ist er ja, der Peter! Super! Aufschlagspieler 1! Ah! Super! Der gibt einfach nicht auf! Aber jetzt kommt ein Gebauf! Immer noch nicht! Ja, was denn los hier? 15 beide! So einer ist das! Ah! Okay, gut! Das habe ich mir jetzt gemerkt! So machen wir es nicht mehr! 3015! Shuffle! Hop! 4015! Bam! Bam! Ja, bam! 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 Yeah, bam! spieler 2 neun 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 wieso spricht er die ganze zeit von liebe 15 love 30 love immer nur about love echt das ist schon hate 15 hate naja zumindest gleichstand ja dave ja ha 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 schloppo bam 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 schön ach dave bitte hör doch auf mit einer doofen wackelerei ständig da schau dich doch an mensch muss dazu sein hallo besser ja aha bamm 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 bammuta bam wieso bzw barbara baut schön weil das jetzt aber wir haben sogar mit der geld gewonnen super und zwar 65.000 gold plünen leute das ist ja ich hab zum scherpen sehr super dort gefällt mir weiter So, Dave, lass dich feiern Du alte, muffige Socke Du Yeah Hast du fein gemacht Ja, mach mal so schön Hoppy Galoppy, komm Oder was ist jetzt? Ah ja, du tanzt jetzt nicht mehr Jetzt mag er nicht mehr, ist müde Gut, dann lass dich schön feiern Du kleiner Elch mit dem Kelch Ja Schau dir doch mal den Sockel an Aber die Innschrift ist vorne nicht hinten Wollte ich nur mal sagen Ich glaube, es ist eine Dioptrien-Basten Nicht mehr so ganz Äh, was machen wir jetzt, Leute? Wir sind aufgestiegen jetzt auf Platz 130 Ist ja gut, ne? Äh, Übungsmatch gegen Peter McLaren Soll ich da mal mitmachen Aber eigentlich bin ich müde Dann geh ich mal knarzen, wisst ihr? Knarzen ist nie verkehrt Außer du hast ne Verabredung Dann ist halt schlecht, wenn du zu Hause schläfst Und deine Verabredung wartet irgendwo im Café auf dich Hahahaha Hab ich schon alle erlebt Ich hab was ausgemacht Gehen wir da und da hin Ja, ja Was hab ich gemacht? Bin daheim geblieben Hab geschlafen Hahahaha Ja Und dann frage ich mich, warum ich keine Freundin hab Hahahaha Ja, das erklärt sich alles so Von selbst normalerweise, ja Äh, ja Nehme ich das hier Und gut ist Spiel mir noch ein Match, ne? Machen wir noch Ja, einer geht noch Und dann würde ich sagen Lass ich euch in Ruhe Und dann gehe ich wieder aufs Klo Ja Ich hoffe, ich halte es noch durch Wäre nicht, dass wieder ein Unfall passiert Das wäre nicht gut Aber jetzt komm Gib auf Na super Sehr schön Hup Super Hahahaha Hahahaha Spieler 1 Super Aufschlag Spieler 2 Hahahaha Lass 15 hat er geguckt aber jetzt menschen also schön besser du hast es voll drauf ab und zu nicht immer so jetzt ist los gegen seandawies seandawies aus den vereinigten usa da ist er der seandawies da kommt spieler 1 war ein bisschen hinterlistig aber ich hab's gern getan der war gut ne super nein was war das jetzt das war jetzt käse etwa echt mega käse nein und das war schlecht super den kriegte ich nicht mehr er hat er gebremst hatte gesehen hat überlegt soll oder soll er nicht annehmen hat sich richtig entschieden hat mich dann genommen jetzt habe ich gepennt tut mir leid leute 15 beide ja komm schaffte dave das schaffst du sehr schön dave muss auch aufs klo wie man sieht hoppa ja ja war gut bis der andere der seandawies da herum gaspalt mache ich einfach mal die punkte hier klein muss ja auch einer machen ja you've got it sehr schön weiter geht's gegen gegen äh daniel malin son malin son aus israel ok malin son malin son und spricht man dort ach egal den verletzt sich schnell vom platz aufschlagspieler passt das konzentration bitte ach dave mensch was machst du hier das ist doch quark mensch hau drauf jawohl 15 beide das spielt ja meine tante herbert ja besser tennis als du 30 beide so so hopp hopp ha ha 40 30 bam 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 shuffle in baby spiel 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 spieler 1 da schüttelt er die faust hierher 2 exp hau drauf hopp kaputt wy�� guckt geschmätterns kleiner schmetterling haa hahaha mh das war nix tave aber das gut reagiert doch nicht so das war nix mensch schön den hast gut rein betoniert jetzt was machst du warum hängst du da so doof herum das ist ein spielplatz und nicht ein schlafplatz mensch ich muss jetzt echt mit meinem tierarzt reden dass er dich einschläfert weil ich glaube du bist kaputt vielleicht machte das ja wenn ich ganz lieb bitte sagen herr doktor bitte schläfern sie mir meinen dave ein weil das spielt nicht mehr gut ist vielleicht rückte noch mal ein auge zu und auch eine spritze damit hat jetzt nicht mehr gerechnet der kleine gasper jetzt hast du mal glück gehabt sonst hätte ich dich zum tierarzt gefahren hey du hast 25.000 goldtublonen bekommen schön naja jetzt nicht so der mega hit an geld aber schon mal zufrieden oder sind wir zufrieden ja leute dann würde ich doch mal glatt sagen wir haben schon der 20 minuten durch wir sind auf platz 129 das ist nicht schlecht aber auch nicht gut lassen wir es nur gut ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann tut euch bitte nicht generieren lieber abonnieren und glöckchen drücken das heißt dann kriegt ihr immer eine schöne nachricht von youtube dass ich neues video hochgeladen habe da bleibt immer schön am laufenden das ist ganz gut für euch und für mich auch ja gut leute dann wie ich immer zu sagen pflege bleibt anständig und vor allem sauber das heißt auch bitte die axel höhlen war schön ja okay super danke bis bald tschüss papa tschüss papa Vielen Dank.